So, inzwischen hat sich auch in Frankfurt am Main die Aktionsdemo auf den Weg gemacht. Mehrere hundert sind da am Start. Und Frankfurt ist ja auch die Stadt, wo am Montag sich die Aktionäre von GSW und Deutsche Wohnen zum freundlichen Stelldicheintreffen, um sich gegenseitig das Ja-Wort zu geben und der Fusion ein grünes Licht zu geben. Denn beide, sowohl die Deutsche Wohnen als auch die GSW, haben ihre Zentralen eigentlich hier. Und auch das ist die Stadt, wo auch die GSW-Mieter die Folgen zu tragen haben werden von dieser Fusion. Aber für Geldangelegenheiten geht man dann doch lieber nach Frankfurt am Main. Und wahrscheinlich wäre es ihnen auch lieber, wenn das die Stadt wäre, wo die Wohnungen sein würden. Weil mehrere hundert sind, insbesondere für Frankfurt, ganz hervorragend. Aber die über 2500 Leute hier, die werden der GS jeden Fall noch mehr Stress machen.